Wir haben die Pistole von euch mitgenommen. Was denn? Meine Pistole, haben wir sie mitgenommen? Hat mein Machschum sortiert, ja? Die Pistole? Hast du das? Die Pistole? Ich könnte das Wasser reinmachen. Hab schon. Oh, Entschuldigung. Die schneide ich raus. So, gibst du mir mal die Pistole rein? Ich hoffe, dass du noch mal ein Ergebnis bist. Rolf, gibst du die Pistole? Ja. Aber ihr habt gut hingefunden, oder? Erstmal so rein. Ja, ja, alles gut. Aber Josef geht seit Jahren dazu her. Ich kann mir das siegste, was kann ich da sein können. Ich hoffe, ich habe ihn nicht mehr drauf. Aber ich gestern, ja, nur der Schulter ist sie so unten nicht. Ich so, nur an die Gegner, ja, lass uns mal gucken. Ja, Josef hat gesagt, er geht zur Zeit immer nicht zu mir. Ja? Und macht so gut, wahrscheinlich, man muss ja auch mit der Klaufe. Aber man steht immer zum Wege rum. Ja, okay. Ja, okay. Ich habe ja... Ich habe ja gesagt, er hat den Termin gegeben. Ich habe ja... Und ich habe ja... Und ich habe ja... Und ich habe ja... Ja, naja, also das war zwischendurch, dann haben wir es mit dem All-Annerstag. Und jetzt ist er aber immer noch wieder ein schwarzes Schäferhund. Also gestern war so die Frage, was sie vorhanden haben, wie sie im Haar und wie die Hobies waren. Also wenn wir die Wolken haben, ist das Ganze, das kann sich nicht schön sehen. Ich glaube, dass seine Frau ist mit dem Haar auf dem Hebel. Die sind immer noch auf dem Boxer. Er hat jetzt keinen Bock mehr auf dem Boxer, weil er ist nicht, dass er gleich wieder mit ihm steht. Und da war es gestern gar nicht. Und dann hatte ich den Finger in der Kette und sie ging aber rechts rum anstatt links rum und ich... So, um 19 Uhr, noch eine Depende ist. Ich kriege die Finger da wieder raus. Ich habe gestern Abend jetzt auch kein Halsschmerz mehr. Halsschmerz habe ich vom Kahn weg. Nee, okay. Aber das ist auch der Finger, da ist auch nicht drin. Die geht schwimmen. Die haben wir gestern mitgezählt. Ja, genau. Halsschmerz Halsschmerz Und sie hat ja auch wieder ausgeschlafen. Und sie hat ja auch wieder ausgeschlafen. Aber schönes Freibad ist das ja auch da drin, nicht? Ja, also ich war da zwar mal entspannt, aber es ist für Ofi das schon. Und unten in der Fitnessstudio sind wir auch, und dann haben wir die Unterweite. Das ist so für Dittekrallen, weil die sind ja nicht mehr so auf den Beinen. Ja, da hast du dann auch Wunschlagen gestellt. Da stehen immer noch Wunschlagen auf. Achso. Da ist es.